Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Nein, nein, keine Sorge, ihr habt nicht den falschen Kanal geklickt. Lukas PC hat leider aufgegeben, deswegen muss ich das Video hier bearbeiten, mehr müsst ihr nicht wissen. Wir spielen heute zusammen mit eben Lukas, Jonas und Felix Ultimate Chicken Horse und eben mit meiner Wenigkeit Philipp. Aber jetzt, ich laber eh schon wieder zu viel, haben wahrscheinlich 90% abgeschalten. Das war das Video. Ich hoffe, jeder weiß, wie man sprintet. Äh, nee, aber... Felix! Äh, das fängt auch schon wieder an. Jedes Mal. Ja, Pech. Ich hab's gesehen, Felix, du Arsch. Ach nee, ich die mir wieder. Waterfall. Ja, ja, Waterfall, Allah. Wie alles zu machen, dass du nicht mehr durchkommst, ja, gute Idee. So wie immer. So wie immer. Bin nur der 1, da kannst du nicht mehr durch. Ja, was ist das, was soll ich überhaupt bringen, Mann? Mann, da oben. Gar nicht. Jetzt dreht es auch noch. Ihr könnt doch sowieso nicht da hin. Ja, Wuhi. Nee, man klatscht oben gegen die Wand, Dinger. Ja, aber kannst du nicht... Nein, aber ich... Aber übersteuerst du so, Philipp. Mann, halt nicht die Kräste. Ich höre nur... Ich höre nur... Ich höre nur... Ich glaube, dass ein Kill ist hier bei dir. Oma ist explodiert, wenn ich die Atombombe jagge, Oma ist in die Luft. Mir ist scheißegal. Welche Scheiß hat jetzt die Atombombe genommen? Ja, ja, weg mit dem Scheiß! Mann, deine Familie! Vertraut dich. Nein. Nein. Nein! 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 Ich hab sie alle! Let's go! Wie, Digger, wie? Ich hab alle. Warum alle? Ey, ich hab nur einer, kann sterben. Das verhindere ich, mein Freund. Das verhindere ich. Ja, machst du da oben. Dann ziehst du sie unten hin, dass man runterfällt. So. Und das machst du, dass du hinterher noch gar nicht hinkommst. Da muss man erst mal hinkommen. Das könnte man... Aber das kann man... Nee, das kann man nicht schaffen. Oh, du... Oh, fuck, Digger. Oh, zum Glück. Oh, mein Gott. Da hab ich geopfert. Oh, mein Gott. Ich hab nur so gut. Neue Matt, Junge! Ja, ich hab's! Let's go! Applaus! Der Profi. Was ist da? Der eine macht alles kaputt, Digger. Was ist da? Oh, Gott. Nur Rami! Oh, mein Gott! Weißer noch. Hey, ihr seid... Achso. Hä, aber warum krieg ich für Jonas nichts? Das ist auch meine Falle, hä? Nächstes Spiel. Äh... Ja, irgendwie müssen wir uns jetzt möglich... Boah, geil. Noch leichter, ich mach... Noch leichter. Ja, mach... Ja, genau. Lukas, genau. Hast du gekommst. Ich versäuchte dich. Nein! Nein! Ich starte. Warum hast du eigentlich 80%? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was... Ich glaube, er ist zum ersten Mal spät. Ich hab' mir mal spät. Ich hab' mir mal spät. Na, Mann! Warum denn? Ich hab' mir mal spät. Ich hab' mir mal spät. Ja, ehrlich. Das ist das. Das sieht eigentlich von dir immer. Ja, sie hat' mir jetzt nicht zu schaffen, ist schon voll. Wo bin ich denn? Na! Warum bin ich immer so laut? Warum sag' ich überhaupt was? Warum sag' ich überhaupt was? Warum sag' ich überhaupt was? Was fragst du noch? Felix, noch, da halte ich noch von Montag bis Mittags. Was? Das ist mein Pferd, ich schlage einfach. Was? Schlag'n Fall? Mein Gesicht dann. Sieht so schrecklich aus. Warum heute noch? Was macht ihr eigentlich für eine Scheiße? Jetzt. Was? Ja, ich hab' mir jetzt gemacht, äh! Ja, ich hab' mir geschossen. Ja, ich hab' mir geschossen, ich hab' mir geschossen. O, brutal. Äh, da. Boah, okay! Was? Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. Perfekt, Alter. Ja, ich mach' einfach. Ja, mein Mann. Ja, also, Jungs! Ja, du Trainier! ich liebe euch alle ihr seid absolut widerliche menschen das wort und das gewählte zum aufgeben bitte dankeschön die drückt halten mit der b jungs ich es ist meine frühlingsrollen ich habe nichts folgendes rollen die ganze soße läuft das sagt der richtige frühen sollen sind wichtiger als video am weg zum sterben ist halt einfach zum kotzen bis ihr das ist also ein problem ich glaube nicht nix gemacht ja genau du warst wahrscheinlich wo du die scheiß deckt hat eine Fresse und gehen wir alle gleich aufhören und durchfalle irgendeine fackigartige gleich alle aufhören kann es alleine spiel ich kann nicht sagen so mit einem freunden umgehst ich denke freunde ja deswegen das war die nein können wir es machen ja wunderbar aber hier komme ich durch nicht mit anderen aufnehmen kannst du nicht zu dir passen ich bin am gewinnen okay das nehme ich jetzt also das nehme ich mit ist das sage ich meinen therapeuten ja nein ohne witz ich habe noch ein bisschen ausharren da unten kommt dann die ja aber selbst da kann ich das auch sagen schlecht ja sagt der richtige was wird schlecht direkt an seine eigenen falle habe ich die aufnahmen eigentlich gestartet ja das wäre super optimal wenn du es nicht gestartet hättest das wäre echt super optimal das wäre echt super optimal oder kennt ihr diesen kleinen typen der so sagt und nein nicht schon wieder oh oh nein nicht schon wieder da musste ich grad denken da stecken wir felix rein oh nein nicht schon wieder ich finde meine körperlich mehr so schlimm war das ja gar nicht letzte runde james letzte runde james ach hat es ja sehr guter stecker auch stecker ich habe immer noch eine challenge jeden phil jetzt war es mir wert jetzt war es mir wert nein wir können wie einfach zu sehen NEIN nicht wow Lukas lach das ist Karma Junge das ist Karma gute letzte runde gute letzte runde ich hab dann sagt geh nein bitte einfach Jungs lets go te-re-re-re du bist der der in die kostüme gesteckt wird gut bitte was über miede ich werde gibt es nicht ja alles klar die doch hier schon irgendwas irgendwas mit den frühlingsrollen los sich gewertet werden ich finde es ziemlich unfair ich dachte tatsächlich für eine sekunde dass das pferd wer regnet es regnet es regnet einfach mein gott auch wenn es kein regen ist eine scheiße luft ich komme doch ich glaube du bist doch schon da was ist uns damit sagen ja dann geht er mit das ist so widerlich eigentlich ja verdienen ja kannst du spring auf die nase zu seiten dann einfach oder springen auf die flamme rüber also außerhalb der map ja da bin ich eigentlich ich heiße bin ich gut da war ein flammer hohen sohn pass auf dass ein flammen werfen wenn ich irgendwie übersehen die kleine opfer kinder vor allem ich bin irgendwie immer leid ihr seid solche opfer kinder alle schlecht reden mich runter dabei habe ich gar nicht auseinander genommen warum machst du sowas hier nicht auf einmal nicht nach dem anfang ja zumindest kommt man jetzt zwischen anfang durch ja wo kommt die scheiß abrüst bin jetzt eigentlich schon wieder her du hast mein arschloch raus ausgezogen das ist ich bin mir ziemlich sicher das war ein stampbild gehabt bei mir das meister können wir das meister das ist nicht möglich sicher ich hab mir jetzt zu springen ich glaub nicht das darf von da oben aus schon einmal rüber springen springen ja der guckt so ist der ist auf den auf den rücken ja warum das ist doch geschafft du hättest es doch geschafft war mach du komm mal komm mal du ne du bist zu viel du ich äh ich finde das hat mich jetzt so genervt ja ich habe nichts umgestimmt was 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 nein ich soll gar nicht unten lang gib mir die münze wieder gib mir die münze wieder gib mir die münze wieder scheiß tipp alter es ist es ist es ist mir egal nein 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 da bleibt er weg gar kein problem komm alter sonst was sagen wir schreibt man bestimmt so auf damit jetzt jetzt weiter was denn ich lebe noch nicht mehr lange gut dass ich das hier nicht später schneiden muss so unverdient so unverdient so unverdient zu leben hat sich versteckt Ich muss in Sandlupe tanzen. Ja, toll. Das wäre richtig schwierig jetzt. Ja, ich bin's einfach! Ich bin's, Junge! Sagst du so wie es ist? Ich bin's nicht. Das wird mit. Soll ich hier blicken? Nach rechts? Unten rechts? Dann ist es nach links. Genau so, bitte. Ich brauche ja keine Folge, wenn es 20 Minuten passiert. Wohl wahr. So, hier nehme ich. Wäre schon sehr smart hier, oder nicht? Aber... Ich mach... Wie ist es? Lass da weg. Okay, danke. Bitte! Ich mach mal einen Amboss weg. Ich mach aber das jetzt. Der Versuch hat nicht geglaubt. Aber ich hab nicht geopfert für die Wirtschaft. Oh mein... Das würden wir jetzt doch bringen. Jaaa! Nein! Was hab ich denn eigentlich für der Scheiße immer! Man merkt doch nicht schlecht. Dreimal, Mann! Dreimal nicht so rum! Mann, ich schrei nicht! Ich bin nur laut! Das ist der Fehler! Ich hab nur eine psychische Störung! Ja, passiert jede dritte Woche eigentlich. Ich öffne gerade! Nix essen, Mann, wir nehmen auf! So, Lebekuchen ist total geil! Wo Lebekuchen? Ja? Gib mal! Da hab ich geschaffen vom Hotel! Was für ein Hotel! Du hast kein Hotel! Du bist kein Hotel gehe in dein Kack-Scheiß-Hotel! Ja, wie sollen wir das jetzt eigentlich schaffen? Ist die Frage. Ich bin jetzt drei Tage durch die Scheiße gefangen, also nicht reichen. Nein! Wollte ich gar nicht. Das würde mir jetzt doch stinken. Du kommst dann irgendwo hin! Du dummer Uhrensohn! Uhrensohn, bitte! Du stellst dir nicht Uhren her! Boah, das war mies, wenn das jetzt gezählt hätte. Boah, geil! Das ist wohl auch Pfeffer. Oh, geil! Ne! Nein! Du stellst dich schweig! Ich schweig dich schweig! Ich schweig! Aaaaaaaaah! Was im Kopf, Mann! Ja, mein Wunder! Ich komm bald mal nicht, aber auch mal! Ich hab ver McCarthy, Voude, und wiederes Morde! Ich hatte ein Down-Syndrome vor der Panne. Das ist ja auch ein desse November. Oh mein Gott! mein fuß so viel zeit solche hoden kobolde ohne witz als wir machen so geschwächt auf ja ich schätze also ich sag so wie es ist das hätte zählen müssen ist das jetzt gemacht danke für die info schickenhausaufnahme echt verdammt noch mal jedes mal ihr seid solche also also das ding hier das geht mir mies auf den sack ich bin einfach reingesprungen ich bin einfach nach rechts raus was denken eigentlich unsere nachbarn eigentlich wenn wir aufnehmen kann das so ein boden grobe ich sage ich nach hause gerne meinen nachbarn passiert höfens nicht das scheiß teil wieder weg und jetzt ja wohin versteckt das getroffen so schlecht ist einfach bleiben können ja hätte hätte fahrrad hätte hätte sportgelände ich finde die atombob ist sinnvollste genau hier ohne witz und ist jetzt so man kann unten rein gehen ja aber es bringt dir nichts ich danke mal hohen sohn fragen kannst tatsächlich das ding ist es wird ja immer schlimmer und man kann kann man gar nicht mehr man kann nichts mehr machen ich werde ich werde ich werde ich einfach umbringen morgen sehen ja ich werde ich im live dauer umbringen einfach weiß ich um was es geht ich habe neuesten schief mit fällerei er geht auf gesicht junger die man nicht auf gesicht die er geht auf jünger judas er geht auf jünger das wird unser geschichtslehrer bestimmt wieder anfangen zu singen das ist unsere religionslehrer die blume oh gott lunge aber warum genau ich hätte überall landen können ich lande genau da wenn ich mir gesehen nicht gestorben nein ja schön gemacht lukas mit stolz auf dich eine gute runde hier du bist du bei der ohne die das richtig lang ich bereue es gerade weil ich meine aufnahme gestoppt hat mir reicht es ich bin mir geht oben rum egal was passiert ja lukas ehrlich das holz oder war das überhaupt lukas mit dem explosion ach wollte das sagen oh gott ich habe den falschen weg ein scheiß armbrustiger ich bin ja schon seit 20 mal dran gestorben dieser größte uhr so die verfixte scheiße du musst dich mal dran gewöhnen ich muss gar nichts wie ey wir müssen aufhören wir müssen morgen noch überleben mal da morgen übernehmen niemand was ne 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 also hauptberuflich würde ich die ganze straßenlaterne einsetzen du bist doch noch nicht rasenlaterne ich habe nichts zu trinken ich habe nur energy ist glaube ich jetzt nicht so hilfreich dann ist es noch lauter die folge hast du direkt wieder runter nein bitte lass mich jetzt zum ende kommen Prozent das macht ihr eigentlich Möffelgeräusche oh Gott da unten ist gefährlich komm ich jetzt noch ganz hinten ja es ist vorbei nein bitte 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 nein ich mach's dir jetzt unglücklich letzte Runde ja das wirst du nicht schaffen das ist mir scheiße ich will nicht nur blöde das ist mir scheiße ne oh ich werde da so gleich dran verreckt und der hat meine ganze alter meine Stimmung die Ambrose scheiße passiert sehe ich jetzt schon einfach mal hart klar und sterbe direkt wo bin ich NICHT ja komm warum liegt ihr da was soll das ja ist doch gut ich hab genügend Pfeile ja danke und noch ein und noch ein alle deinen fetten Arsch du Buster scheiße ganz gib mir ne Sekunde ok let me cook so jetzt 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 let me cook aber der hat noch gar nix erreichen ne ganze Folge guck mal jetzt oh war das knapp oh fast eh nicht scheiße aber reicht trotzdem nicht zum ja das ist scheiße deine ganze Familie so Lukas willst du ein Outro machen oder ne einfach Ende einfach Ende ok 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 passt für mich gut